So, Timer kommt, auf geht's! Einmal wieder Sahne-Gaming auspacken. Ich bin auf Kabel. Ich hab noch Zeit mehr. Macau. Und dann ersatzte Macau, Elo, ne? Das ging eben unter. Jo, ich geh dann runter. Wenn das jetzt droppt, das Toten wird das nächste. Und um 3 in 5. Und um 3 in 5. Und kommt hier am Kältes. Alle K-Straught. Knockbound. Denk mit an die fucking QBs. Dann macht die Tank-Ops-Chart. Ist das viel besser, wenn die Knockbound früher kommt? Ich bin auf Skidmore. Wernig. Ich mach mich selbst. Komm, ruhe jetzt. Ich werd Support brauchen, ich hab keinen Namen. Können Sie mich runter? Wen, Wernig? Nimm mich selbst. Ja, als nächstes dann kämen wir uns Hotel. Oh, gib mir nen Go bitte. Oh, gib mir nen Go bitte. Mö, ne Aura Maus damit. Rotum 6 in 5. Ja, wir haben keins. Es wird ja jetzt. Ja, dann gehst du da in das jetzt rein. Geh mal. Pass auf Skidper out. Ja, ich hab ja. Es ist noch Found. Ich bin unten. Mit Anti-Tank-Moops denken. Ich hab mich selber. Mach mal hin jetzt. Abathe, jetzt weg kommt. Ich nehm einen 3-2-1. Nur Rund und. Ja und ich. Baft, wir gehen ja durch, ne. Das ist Radfahrer von mir. Ich heil mich selber. Mich bitte an auf Vennig. Rotum 9 in 5. Kommst du Lila. Embrace an. Ich geh jetzt klar, aber dann. Dann passt auf Vennig auf. Entro. Dann schau auf mich unten. Ich geh runter mit dem Eintruten. Ich geh da hoch direkt. Ja. Was mit dem Toten? Ah, egal. Tank-Mops unten. Nimm mal Gesus. Die sind bis zum Ende wieder ready. Also. Nehmt alle euren Gesu mal. Norand. Der Brusty. Oh, Norand gleich sofort. Muss ich red campieren mit dem Toten? Ja, ich mach das. Sottel, du gehst runter. Vorsicht, das Wildtotem hinter euch. Stellt euch da nicht rein. Sottel. Kein CD ready? Rotum 12 in 5. Gibt ihm nen CD in der Fall. Wenn ja, wie eh. Läuft. Rotum 12 gespawnt. Dann runter. Okay, aber du gehst mit runter. Äh, wann? Jetzt? Jetzt. Pass doch Frosty auf. Ja. Ich bin unten, pack bitte Frosty auf. Smog Bombs, vielleicht gleich nochmal. Nee, Quatsch, jetzt nicht. Richtig. Und CD wär gut. Könnt ihr irgendwas ziehen? Irgendwas von Red? Rubble, Rubble. Vor allem gezogen. Deck auf mich, fuck. Meine Trank läuft. Ich kann unten. Schatz, Carvo. Trank. Schatz, bitte. Schatz, danke. Ja, Fennig. Du musst dann runter mit mir. Nur rund. Ja. Oder wir willst ja durch, ne? Ja, kann euch machen. Nefa wird sterben. Nur im Fässer halber. Egal. So? Blattschlags? Kampforsch. Wir wären drei. 2. Smog Bombs dann legen. Im Prinzip brauchen sie mich nicht mehr, ne? Denkt an einen zweiten Korn. Ich hab's zu lassen. Und Healerressen jetzt. Smog Bombs. Smog Bombs. Wilder kann ich nicht nehmen. Die Safe CDs. Alles was ihr an Safe CDs noch habt, ne? Und denkt an, dass der Gesu wieder ready ist. Ich liebe euch. Der Gesu, der fucking Gesu nimmt ihn. Ich liebe euch Leute. Gebt ihm Leute. Gebt ihm Leute. Gebt ihm Leute. Gebt ihm Leute. Kebt ihm. Kebt ihm. Kebt ihm. Kebt ihn. Babbling. Mach ihn. N.O.A.A.A.A.A.A.A.A.! Wie geil, man! Alter! What the fuck, man! Oh, mein Gott! T.T.F., das ist W.O.L.T.4 oder so! Ehm. Wird die mich verarschen? Boah, Alter! Scheiße! Alter! Wie wir uns einfach in den Abstand einschicken! Das ist W.O.L.T.25er, Mann, W.O.L.T.425er, Alter! So geil, Leute, Mann! Krass, wie wir uns klein...